Ich habe mir so einen Ebi-Burger bestellt mit Gernellen. Es schmeckt super lecker. Ja, wir sind ab jetzt sieben Tage die Woche das ganze Jahr für alle Wiener und Wienerinnen da und können hoffentlich mit unseren asiatisch inspirierten Burgern begeistern. Ich habe mir schon die Speisekarte etwas angesehen. Da stehen ja wirklich viele fast Kuriositäten drauf. So kurios sind die gar nicht. Was geht denn besonders gut? Was merkst du schon am ersten Tag? Also wir haben es bei uns im Team auch abgetestet. Jedes Teammitglied hat eigentlich einen anderen Lieblingsburger, weil es sind wirklich alle besonders gut. Meine persönlichen Favorites sind Chili, Lemon und Bulgogi Burger. Das sind sicher die Burger, die unsere Geschmäcke am meisten vermitteln. Aber ganz ehrlich, man wird mit jedem Burger das Schiso-Erlebnis in vollen Zügen genießen können. Ich muss sagen, es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Und obwohl es mein erstes Mal bei Schiso-Burger war, war es bestimmt nicht mein letztes Mal. Durch alle Burger konnte ich mich nicht durchkosten, aber die, die ich probiert habe, die sind wirklich lecker. Und eins sei dazu gesagt, auch die Getränke, die kommen rundherum sehr, sehr gut an. Und auch dieser hausgemachte Eistee ist mein absoluter Favorit.